Alter, wenn er sich jetzt wieder in den Baum festgehangen hätte, ne? Ich hätte langsam echt ne Krise gekriegt. Okay, das war's für mich. das ist das was leben regt genau ich habe das andere eben das war halt einmal prozent plus noch mal zusätzlich tausend noch was oder so und das weg jetzt leben genau so war es bitte nicht immer in die bäume kollege warum mache ich gerade gesloat war ja 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 ich habe keine wärme mehr darauf habe ich gerade nicht geachtet jetzt habe ich ihn gleich jetzt darf er sich nur nicht verpacken oh nein oh leser stop Alter Hab ich schon gesagt, dass ich diese Golems nicht mag? Ich glaube ja Okay Wir gucken mal kurz Wir haben leider kaum noch was zu essen Ich muss definitiv was kochen Und zwar von den Sachen, die Leben herstellen und nicht die, die Buffs geben Klar, die Buffs geben hätte ich jetzt theoretisch auch einwerfen können Ich hätte ihn hier zum Beispiel machen können 300 Sekunden Und seit 5 Minuten noch Ja Er hätte was gebracht wahrscheinlich Was ist das hier? Das macht Ausdauer Naja, okay Ausdauer Naja, ich glaube, Ausdauer wäre für den Kampf nichts gewesen So Okay, das ist zu viel Will ich darunter Ich Wolle mich doch verarschen, oder? Die wollen mich doch gerade verarschen Ich habe gerade Zwei kleine und ein dicken Besiegt Und jetzt sind das schon wieder zwei kleine Und zwei Dickel Den habe ich ja noch gar nicht gesehen Och nö Ach Leute Da ist auch nochmal ein kleiner Da ist auch noch ein kleiner Ja Ach das ist nicht deren Ernst Oh Gott Kann es nicht einfach mal so sein, dass diese Viecher nicht aktiv werden? Bitte Ach das ist ja der pure Horror gerade Ja Ja, das ist ein riesiger Eisblock Und das sind auch ganz viele Golems Und ich habe zumindest das Gefühl, dass die Großen aktiv werden Und ich habe auch schon Ist das der Durchgang, den ich vielleicht freischalten muss die ganze Zeit schon? Ich will gar nichts hier freischalten gerade, ich komme dann immer hoch, scheiße, ich rutsche die ganze Zeit ab, hier ist noch eine Kohlepfanne, ohne Resultat oder Antwort ging, war hoch, weiter zum Gipfel. Diese Zapfen, ne? Also gerade machen die nicht die Anstalten irgendwie in nächster Zeit aufzuwachen, aber... Aber wer weiß... Mach ich noch das da hinten auf? Okay, ist gar nichts. Gut, ich muss auch noch das Tor hier aufmachen. Kann ich doch damit, oder? Ne, kann ich nicht damit. So, das Problem ist, wie komme ich jetzt da oben an den Geist ran? Komm ich von hier rüber geflogen? Reicht das? Nein, reicht nicht. Reicht das von hier? Das könnte reichen. Ja, perfekt. Ey, bitte. Bitte lass die Dinger nicht angehen, ne? Du bist witzig, Spiel. Wie soll ich denn da durchkommen? Na, klasse. Hier muss doch dann noch irgendein Geist sein. Ah, ich weiß, ich muss den Kristall in der Mitte machen, aber... Ich hab Schiss, dass die scheiß Dinger hier kaputt aufwachen. Nein, bitte lass doch nicht aufwachen. Ohne Witz, das wär so... So gemein einfach. Habe ich mir gerade instant den Buff wieder weggeschlagen? Das ist ja scheiße. So, kommt's. Wo ist denn noch einer? Also ich hab nur drei gesehen. Wo ist denn noch einer? Oh, und da ist der Geist. Kannst du, danke. Ich versuche gerade herauszuführen, ob hier noch irgendwo so ein... Ah, warte, vielleicht wenn ich das Tor geöffnet hab. Das hat nicht gereicht. Mal machen wir von der Seite. Oh, bitte lass die Dinger nicht angehen. Nein, bitte nicht. Nein, bitte nicht. Protokoll. Achso, das ist das Ding. Drei, zwei, drei, zwei, drei, 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 was? Okay. Check ich nicht. Ey, werden die jetzt angehen, ne? Oh nein. Oh Gott, die sind nur 18. Oh, ich hab schon gedacht, ey. Geht, der ist weg. Geht, der ist weg. Oh, okay. Chaosapparat. Ah, das war das zweite Teil. Was ich auftrauen musste. Sehr gut. Boah, Alter. Dass die nicht Level... Was waren die anderen? 33 immer, ne? 33, 34. Irgendwie so. Dass die nicht das Level hatten. Ey, boah. Boah. Okay. Damit hat sich das schon mal bestätigt, weil ich mir gedacht habe. Dadat hier der zweite ist. Die Frage ist nur, wie komme ich durch diese Wände? War das nicht auch mit dem, mit dem Erz hier? Och, ich will nicht dich ankutschen, ich will das Erz haben. Ah, sag ich doch. Hallo. Wo willst du denn hin? Äh, okay, wo willst du hin? Äh, okay, wo willst du hin? Wir haben vor. Wir spielen undeln. Wir spielen hier.